Begut! No! Ja, hallo zusammen! Herzlich willkommen beim Foto-Zirkus. Ich bin der Marni von Marni Photography und ihr erfahrt heute, wer beim großen Gewinnspiel gewonnen hat. Das Gewinnspiel ist nun nämlich aus und heute steht die große Ziehung an. Wir wollen euch dazu noch einige Neuigkeiten präsentieren. Wie schon erwähnt vorher im ersten Video, der Foto-Zirkus, die Manege, ist ein Platz für viele verschiedene Künstler. Wir haben die Zeit zwischen Weihnachten genutzt und haben unser Team erweitert. Wir sind jetzt fünf feste Leute im Foto-Zirkus und heute möchte ich euch kurz einmal zeigen, wer alles mit dabei ist. Ich bedanke mich für die super Teilnahme am Gewinnspiel. Nachher schalte ich weiter zur Verlosung, aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Sabrina. Danke, Marni. Aus dem schönen Wuppertal direkt zu uns in schönes Süddeutschland am Hochrhein bei uns im Studio von André-Meyer-Foto-Art. Ich bin Sabrina Mayer, ich bin die Frau von André, ich bin hier als Model und Visa tätig. Von mir könnt ihr in Zukunft Short-Tipps erwarten, sowohl für euch Models da draußen, als auch für euch Hobby-Fotografen, damit ihr wisst, wie ihr auch ein Model, wenn ihr keine Visa da habt, zurecht machen könnt für ein Shooting. Ich gehöre ab heute auch zum Team dazu, vom Fotozirkus, freue mich darüber tierisch und gebe jetzt das Wort weiter an Andi, wieder zurück in schöne Wuppertal. Er ist ein super Sportfotograf und stellt sich euch nun selber vor. Danke und bis zum nächsten Mal. Danke, Sabrina. Hi, ich bin Andreas, der EOS-Andi. Was mache ich hier? Ich würde euch gerne ein bisschen von meiner 13-jährigen Erfahrung als Fotograf abgeben. Ich hatte immer die Möglichkeit, von vielen Kollegen was zu lernen und der Fotozirkus bietet mir jetzt auch die Möglichkeit, euch was abzugeben. Ich würde gerne euch mitnehmen zu Sportveranstaltungen, wo ich euch zeige, wie ich fotografiere, wie meine Einstellungen sind, wie ich mit den Dateien umgehe, wie ich sie speichere, wie ich sie bearbeite und, und, und. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei uns einschaltet. Was noch bei mir auf dem Programm steht, viel Photoshop, ein bisschen von Menschenfotografie. Das würde ich euch auch gerne zeigen und würde mich freuen, wenn ihr uns weiter verfolgt. Und jetzt gebe ich einfach weiter an Jurek. Bis demnächst. André, kannst du das bitte wegmachen? Sorry. Sorry. Ja, Grüezi miteinander und danke an Andi. Ich bin Jurek, komme aus der Schweiz. Ihr habt es zwar nicht erfunden, aber auch ich mache gerne Photoshop. Entschuldigung, ja. Wie ich schon gesagt habe, ich bin der Jurek, ich bin der Person, die hinter Wehe auf Art steht und ja, ich freue mich riesig, jetzt auch Mitglied im Fotozirkus-Team zu sein. Ja, der eine oder andere kennt mich vielleicht schon von meinen eher dunklen Bildern, von meinen aufwendigen Composings und das ist genau das, was ich auch gerne mache. Ich bin zwar leidenschaftlicher Fotograf, aber ich arbeite unheimlich gerne im Photoshop und erstelle diese aufwendigen Bilder in akribischer Kleinarbeit. Ja, das war es eigentlich schon von mir. Es wird jetzt noch ein Highlight folgen. Ich möchte jetzt auch André wieder das Wort geben und ich drücke euch die Daumen, denn jetzt folgt die Auslosung des Gewinnspiels. Ich danke euch vielmals und ich freue mich auf die Zukunft mit euch. Tschüss. Tschüss. Ja, be cool. Wir haben keine Zeit. So, dann fangen wir mal an. Dann, Sabrina, würdest du vielleicht beginnen mit der Auslosung von Platz 3? Platz 3. Platz 3. Und zum Mitgewinner von unserem 5 in 1 Faltreflektor ist Oliver Tschirner. Oliver, herzlichen Glückwunsch zum Faltreflektor. Schreibt mich direkt über Facebook an. Den Rest klären wir dann. Glückwunsch. Platz Nummer 2. Platz Nummer 2. Platz 3 und Gewinner des DVD-Bundles von Calvin Hollywood und Pavel Kaplun. Einmal Kunstwerke aus den Urlaubsfotos 4. Super coole CD, habe ich auch. Und einmal die Calvinize 5 von Calvin Hollywood. Geht an. Volker vornehmen. Ich wiederhole. Volker vornehmen. Wir blenden es auch direkt hier nochmal ein. Eure E-Mail-Adressen gebe ich nicht an. Ihr meldet euch bei mir direkt auf Facebook. Und alles Weitere klären wir dann. Herzlichen Glückwunsch, Volker, zu diesem coolen DVD-Bundle. Ich glaube, jetzt kommt der spannendste Teil, aber wir sind einige Lose schon ein bisschen durcheinander. Und verknickt. Ich denke, ihr seid gespannt, ne? Wollen wir es noch spannend machen oder wollen wir ziehen? Und hier reinsprechen. Wir ziehen. Noch näher. Wir ziehen. Noch näher. Wir ziehen. Okay. Also. Platz 1. Mit einem Preis im Wert von über 1000 Euro. Gesponsert von Photoshop-Bäcker. Vom Fotorex. Es gibt, wie ihr im Gewinnspiel-Video gesehen habt, einen richtig coolen Blitz zu gewinnen. Aber da möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Das kennt ihr alle. Sabrina. Möchte dich bitten. Jetzt darfst du dir Zeit lassen. Platz 1. Herzlichen Glückwunsch. Daniel Osterkamp. Daniel. Ich bin sicher, damit wirst du sehr viel Freude haben. Meld du dich auch bei mir via Facebook oder schreib mir eine E-Mail an die gleiche E-Mail-Adresse, wo du beim Gewinnspiel teilgenommen hast. Aber besser noch über Facebook. Aber besser noch über Facebook, dann können wir alles weitere klären. Herzlichen Glückwunsch auch an die anderen drei. An die anderen zwei. Entschuldigung. Ich hoffe, das Gewinnspiel hat Spaß gemacht. Ich denke, die Fragen waren gut zu lösen. Das war's von mir. Vielen Dank aus dem Fotozirkus, beziehungsweise aus meinem Studio am Hochrhein in Walzuteng. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Halt, Stopp! Noch nicht wegschalten. Ich habe noch was für euch. Und zwar würde ich euch gerne hinweisen auf unser nächstes Projekt. Das ist am 10. und am 11. Januar. Und da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Das wird richtig cool. Und des Weiteren möchte ich noch sagen, dass ab jetzt hier jede Woche mindestens ein cooles neues Video erscheint, wo ihr was lernen könnt, wo ihr neue Infos bekommt und, und, und. Hier auf dem Kanal, hier beim Fotozirkus. Also bleibt dabei, abonniert den Kanal und freut euch auf das, was kommen wird. Von mir auch nochmal ein Glückwunsch an die glücklichen Gewinner. Und bis zum nächsten Mal. Euer Team vom Fotozirkus. Ciao.